So, jetzt bin ich entspannt. So, hervorragend. Einmal die Aufbauanleitung. Die entsprechenden Scanner, Scanner sogar mit Rebo-Funktion, sehr schön verpackt, kann nicht schief gehen. Die Scanner wirken auch sehr bewusst. Genau das ist es auch. Und die kleinen Teile wie so ein kleiner Bruder zum Beispiel. Und die diversen Kabel und Netzteile. Und selbstverständlich die Karten, mit denen wir auch entsprechend scannen können. Einmal für die Karten. Das ist ein kleines Kabel. Im Moment. Das ist ein kleines Kabel. Einmal für die Karten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020